Offizier der Reichswehr, politischer Widerstand in Deutschland, aus Dachau entkommen mit Verwundung, illegal für den österreichischen Schutzbund, alles belegt, Juden herausgebracht in Kristallnacht. Die Juden allein gewickt Ihnen nicht, was? Ich bin leider keiner. Sie haben keine jüdischen Vorfahren? Nein. Wieso? Haben Sie keine Eltern? Oh doch, meinen Eltern verdanke ich, dass ich kein Nazi bin. Ich denke, ich reihe Sie am besten an Frau Schmelker weiter. Darf ich? Moment. Moment. Tatsächlich der Gäu. Mischung. Alle in den Hand. Da ist etwas für Sie. Was denn? Widerständler. Ja. Sieht man doch gar nicht mehr so gern hier in der Tschechoslowakei. Wieso denn? Ganz im Gegenteil. Melik, Fritz. Hier. Ich meine, man will doch den großdeutschen Nachbarn nicht provozieren. Tobler, Ferdinand? Nein, nein, Tobler. Sie müssen noch einen Augenblick warten. Er war zuerst da. Bunzelfedern! Sie haben hier unter politischer und unter religiöser Zugehörigkeit nichts ausgefüllt. Wir müssen aber wissen, wer für Sie zuständig ist. Wir sind hier nur ein privates Hilfskomitee. Wir vermitteln nur also jüdisches Sozialamt, Rote Hilfe, Jugend Aliyah, Makkabi und so weiter. Wohin gehören Sie? Muss man wohin gehören? Ja. Was ist zum Beispiel Ihre Partei? Schreiben Sie doch einfach. Ferry Tobler hat immer daran geglaubt, dass alle Menschen Brüder sind. Aha. Also sozialdemokratische Flüchtlingshilfe. Und Sie? Woran glauben Sie? Das ist nicht mehr lang dauert hier. Katzen, Ellenbogen!